Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Star Wars Battlefront und heute spielen wir Helden vs. Schurken im Dünenmehrtauschhandel, also auch die neue Map, so wir versuchen natürlich als Held zu spielen. Wir sind Hahn mit der D-Elfchen für sich. Heute mal keine Schurken, sondern Helden. Ich habe gerade, war ich in der Probe runter, natürlich Schurke. Ach nee, doch nicht, das ist doch nicht die ganz normale Map. So, ich hoffe immer noch, dass ich nicht wegen der Musik gesperrt werde. Und, ja, ähm, jetzt schauen wir erstmal, wo sich dann unsere Gegner, immer noch die Let's Learn Serie, das nur kurz darauf als Hinweis. Ähm, wo ist denn hier jemand? Ich sehe noch keinen. Hier ist einer. So, er kriegt mal ein bisschen. Vader, haben wir genascht, sehr schön. Sehr schön, der Imperator ist auch weg. Wo ist denn noch jemand? Es müsste nur noch Vader da sein. Wo ist er denn? Hier, wahrscheinlich. Boba. Aber Vader ist auch schon weg. Wo ist denn Boba? Komm, Boba. Da müsste er doch sein, irgendwo. Jetzt. Hallo? Da. Doch nicht. Oh, er ist Thermalimploder. Wo ist der? Ich bin echt verwirrt gerade. Hier muss er doch sein. Und wo? Ach, ach, komm. Das ist doch lächerlich. Komm, er geht hier da, da nach oben und, äh, will ich hier... Das ist doch... Das ist doch... Ja, komm. Wenn er... Er nascht... Komm, das ist doch richtig unfair. Ja, wir haben ihn geholt. Wir haben... Boba fett... Nochmal genascht. Oh. Wenn wir jetzt genascht werden... Richtig, das wäre richtig Lucky Punch. Ah, 2-0. Oh, der andere hat 5-0. Das war ein guter... Aber 2-0 ist ja auch noch okay. Vor allen Dingen, weil wir halt 2 Helden geholt haben. Okay, wir waren selber auch Held, aber... Intelligente. Die so halb intelligent ist, aber... Oh. So. Oh, ja. Da hätte ich den vielleicht auch gerade auch so naschen können. Ich hatte gerade kurz Angst, dass wir einfach selber genascht werden. Oh. Oh, ja. Es ist... T21... Ja, komm, mit 0% hat der mich genascht. Da möchte ich jetzt auch nicht mitten im Getümmel gespawnt werden. Ach, komm. Passi. Das ist schon eine Pass. Wetten, der holt den jetzt. Ja, komm. Den hätten wir auch geholt. Ja, verdient. Den holen wir uns auch den nächsten. Schön. Den haben wir uns auch geholt. Rakete. Kommt, aber wir sind weg. Da ist Boba. Komm, wir feuern mal ein bisschen auf ihn. Orbitalangriff. Krass. Aber was bringt er mir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Ah, komm. Ah. Was bringt einem hier einen Orbitalangriff? Wenn man ihn gut nutzen kann vielleicht. Oh. Ah, ich bin mal wieder zu blöd. Für dieses Spiel. Ich tausche den jetzt einfach aus. Aber das lohnt sich mehr. Na, der ist eigentlich richtig schlecht. Den hätten wir sofort naschen müssen. Zumindest, äh, ja. Okay, wir haben wieder 2-0 steht's. 5-3, auf einmal bin ich ganz unten. Aber der 4-2er ist über mir. Ich sag dazu jetzt nichts. Okay, Luke Skywalker sind wir. Da sollte doch was möglich sein. Ich finde ihn jetzt, also ich finde ihn jetzt nicht am besten, aber er kann halt extrem pacen. Also extrem schnell rennen. Und der kann ist halt auch zum... Ich werde immer dieses Power-Up da im Blickfeld behalten. Wo sind denn welche? Gehen wir direkt zum Gegner oder schleichen wir uns an? Ich bin für die Schleich-Variante. Hier scheint doch was rum zu gehen. Hier scheint doch jemand zu sein. Hier, da war der Imperator. Glaube ich. Doch nicht. Ja. Scheiße. Ach komm, hallo. Komm, wir holen ihn. Haben wir ihn geholt? Nö, natürlich nicht. Jo, er nascht uns mit der intelligenten Rakete. Was ein Lacker. Ganz ehrlich. So, aber wir werden da... Jo, es ist doch... Das war echt lächerlich gerade. Scheiße. Alle mal herhören. Wir müssen Luke und Leia beschützen. Und haben Solo. Machen wir. Wir beschützen sie hier schon. Da ist er ja schon wieder. Er möchte ja schon wieder... Er nascht mich sowieso als erstes. Ja. Och komm, das ist doch einfach nur... Komm, der wartet doch echt nur darauf, bis er die... So. Ich feuere jetzt gleich auch einfach eine ab. Ich renne hier jetzt rein und schieße den Typen mit der Intelligenten ab. Tschüss. Hat er mal voll eine... Eingewirkt gekriegt. Oh, Mann. Ich wollte gerade sch... Jo, und dann werde ich... Ey, das ist... Es ist lächerlich. Es ist gerade lächerlich. Ganz ehrlich. Da will ich den holen. Genau, in dem Moment werde ich von Vardar geholt. Ja. Sehr schön. Das ist verdient. Ach, Bova. So, das ist auch verdient. Das ist zwar auch massives Lack, muss man dazu auch sagen. Aber... Ist mir jetzt relativ egal. Wir holen uns den dahinter hier. Den netten... Och, Mann. Den wollten wir... Ich wollte mir den gerade holen. Genau in dem Moment. Oh, der Typ steht links neben mir. Hätte mich sofort genascht. Naja, gut. Egal. Dann nehmen wir das mal so hin. Und ja. Sehr schön. Leia kann sich immerhin heilen. Babam. Bam. Ich nehme am 25. 25. Auch heute ist doppeltes Wochenende. Nicht. Denn heute ist erst Freitag. Aber heute ist doppelt... Äh... Doppelte Münzen. Äh, was weiß ich. Doppelte Grand. Doppelte EP. So. Schön. Das ist mir im Moment relativ egal. Wader. Der Lord, der ist sie. Wer... Wer beratet... Wer putzelt mich da? Oh, der Imperator. Das war's dann für mich. Tschüss. Ich seh den nicht. Ich seh nichts. Na, vielleicht sollte ich... Äh... Mal wieder... Lieber mal aufs Ober gehen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Na, er hat keine HP mehr. Und dann... Muss er sich da nach oben hin... Wir holen uns da gestehen. Ein Kick ab. Sehr schön, dass er den geholt hat. Nein, du bist das hier, das Insekt. Imperator Palpatines. Komm, wir holen... Jetzt ist er unser. Den holen wir uns auch noch direkt. Schön, Han Solo. Han Solo ist echt okay. Oh. Der Lord, der Sith. Der dunkle Lord. Wir heilen uns mal. Komm, wir holen ihn jetzt. Wir setzen ihn mir richtig zu. Und holen ihn. Starke Kiste. Oh, wir haben sogar noch einen geholt. Doch nicht. Aber wir haben... Okay, wir haben OP. Wir haben ein paar EP gekriegt. Wer ist denn noch da? Och Mann, der ist doch da oben. Locker. Der ist sowieso hier oben. Das ist so... Naja. Schön. Ist weg. 10. 10. 10. 10. 6. Ist okay. Der Nick 2003. Er spielt hier... Auch. Also wir... Er guckt gerade zu. Er guckt gerade zu. Er wird direkt genascht. Er wird direkt genascht. Wir schaffen es nicht, ihn zu naschen. Dann gehen wir eben auf Bober. Er kommt... Rakete hat nicht gesessen. Das wundert mich. Da ist er. Ja, wir haben ihnen schon was gegeben. A-G-T-Pits. Beste Heine. Da... Oh. Jetzt kommen sie hier aber alle. Was? 3-3. Das wird eine enge Kiste. Wenn ich jetzt Held bin, dann schaffen wir das. Klar. Nein. Bam. B-Bam. Bam. B-Bam. B-Bam-Bam. Die Map kenne ich noch schon nur aus dem Single-Player tatsächlich. Die scheint auch relativ selten bei Helden-Würst-Schurken zu sein. Hier ist ein netter Spieler, der gerne... Was immer nötig ist. Alles. Es ist immer was. Kommt. Was will der von mir? Wir werden niemals aufgeben, Helden. Jo. Sehr schön. Komm. So. Nochmal eben geheilt. Das ist doch... Oh, komm. Oh, er springt hier und will es... Will mich dadurch holen. Oh, ich werde gebrutzelt. Ich werde hier gebrutzelt. Jetzt fliegt er. Weil er von 2 geholt wird. Aber ich muss mich holen. Ja, scheiße. Guter Spieler. Bubba ist echt gut. Echt guter Spieler. Okay, wir haben 2 weggeholt, aber... Ähm, Vader Schaden gegeben, ihm auch, aber das wird eine knappe Kiste. Eigentlich hätte ich die anderen heilen müssen. Habe ich nicht getan. So, den haben wir nochmal eben geholt. Scheiße. Sie führen 3-4. Wieder Layer. Lucky Punch. Oh, der ist ziemlich gut. 3-28. War bestimmt Han Solo. Ich glaube, wir spielen hier mit der A-82-C. Die ist jetzt nicht so krass wie die D-44 von Han. Aber... Geht noch, klar. Da ist ja... Hier möchte schon wieder jemand. Ach, ich drück den falschen Button auch noch. Wie dumm bin ich. Trotzdem holen wir welche weg. Oh. Ist hier noch jemand? Ja. Den kriegen wir auch, ohne dass wir... Spitzen-Spieler-Kill. Natürlich sind wir hier um zu gewinnen. Warum denn sonst? Um zu verlieren? Überleg doch mal. Ja, natürlich. Gehren-Garten. Du hast dir die falsche Auslösung. Jetzt Pace da wieder. Wir müssen als Team arbeiten. Ja, ist dann auch mal gut. Schön. Von einem mitgegebenen Hände hier. Wo ist denn, Bubba? Ist schon down. Sehr schön. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Nur noch... Nur noch... Der dunkle Lord ist hier. Das bauen sich da hinten hin. Und wir können ihn doch eigentlich holen. Warum schießt denn? Ja, wir haben ihn geholt. Wir haben den Imperator tatsächlich geholt. Glaube ich. Sehr schön. 4-4. Das ist also jetzt die alles entscheidende Runde. Und wir sind nochmal Luke Pfeilwalker. So. Und wir rennen. Ja, das macht irgendwie... Das Spiel macht echt Spaß. So. Ich denke mal an, dass die Runde recht schnell ist. Nicht so schnell ging. Den kann ich ja holen. Ich hab ihn geholt. Ich hab' ihn. Ich hab' die einfach beide geholt. Oh, das war nicht schlecht. Das wär echt... Der wird mich holen. Ich melde nochmal eben den Sturmtruper. Schaff' ich nicht. Ja, der ist gut. Der wird das... Der wird das Ding nach Hause fahren. Oh, ey. Das ist so unfair. Ja, komm. Ja, komm. Das fahren die nach Hause, weil er einfach da oben ist und... sich im Kreis freut. Vielleicht komm ich... Ja, das war klar. Raider hat den geholt. 2010. Das ist doch voll okay. Okay, damit ist dann auch die dritte Folge von Star Wars Battlefront beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns mal in der nächsten Folge. Von SWBF. Das ist Star Wars Battlefront. Oh, wir haben sogar die meisten Helden genascht. Bis dann, Leute. Ciao. Das ist Star Wars Battlefront.